Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach die Zuckerstange bekommen könnt. Ja, dafür müsst ihr euch einfach nur einen Job markieren. Die Jobmarkierung werdet ihr in der Videobeschreibung finden. Und ja, dann würde ich sagen, dann lasst uns auch direkt losstarten. Habt ihr euch den Job dann markiert, dann startet einmal eine neue Lobby. Geht dann auf Options, auf Online, auf Jobs, Jobs spielen, dann auf Markiert. Dann geht ihr auf Capture und dann startet ihr einmal den Job, den ihr euch gerade markiert habt. Dort im Jobmenü angekommen, Waffen auf Inbesitz und Aufnehmbarstellen, das ist ganz wichtig. Als nächstes könnt ihr euch dann irgendeinen Freund oder irgendeinen Random einladen. Ist der Freund oder der Random dabei getreten, dann können wir den Job ganz normal starten. Sobald der Job gestartet ist, einfach nur diese NPCs erledigen. Dann werdet ihr sehen, dass die NPCs schon die Zuckerstangen droppen. So, wir laufen einfach über die Zuckerstange dann drüber. Und dann könnt ihr mal schauen, ob ihr die schon im Inventar drin habt. Und sobald ihr die im Inventar drin habt, dann könnt ihr den Job auch ganz einfach dann wieder verlassen. Oder ihr spielt den Job einfach fertig. Das ist euch dann überlassen. So, und dann in der Open Lobby angekommen, schauen wir dann mal in unserem Inventar nach. Und dann werdet ihr sehen, dass wir jetzt die Zuckerstange im Inventar haben. Und die werdet ihr auch permanent behalten. Und ja, Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!